Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Island 2. Kleinkopf zum... Kein Kopf, Kleinkopf, kein Kopf, Zombie. Brich ein und stier die Waffen. Ich hoffe, dass wir jetzt dann auch Fernkampfwaffen kriegen. Wenn nicht, ja, dann nächstes Mal. Mal gucken. Alles klar? Jakob, ächzen. Okay. It's Hammer Time. Okay. 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 Okay, was ist das für eine? Oh. Äh, steh doch mal auf. Mach was, Hans. Die machen die Kuh tot. Okay. Nee, kann nichts machen. Jetzt. So, das müsste geklappt haben. Ja, das klappt doch ganz gut. Flammendes Inferno. Bam. Okay. Nass machen und brutzeln. So läuft der Scheiß. Sag mal. Ich geh's mir ja gar nicht auf den Sack. Ruh. Okay. Jetzt. Ja, das funktioniert echt gut. Dieser, dieser, ähm, dieses Blocken. Das Blocken. Ja, die Haltbarkeit ist auch ganz gut. Ah, nur noch einer. Mach sie fertig. Mach sie fertig. Geschafft. Ups. In der Waffenkammer. Okay. Das sieht doch gut aus. Also, je länger man spielt, umso besser, so besser klappt das auch mit den, guck mal, jetzt hab ich wieder 5. Umso besser klappt das Fähigkeiten-Slot. Wat? Ich hab ne neue Fähigkeit. Fähigkeit, 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 ah, schlechter. Schlag drauf, wenn sie am Boden sind. Schlage einen Zombie nieder, um einen modernen Schadensboost für die Waffen oder Wurfgeschosse zu halten. Ja, oder? Schlechter Fähigkeit, nicht nachher. Moderaten Schadensboost. Moderaten Schadensboost. Statuseffekte ist doch ganz gut. Oh, Ronny. You were redshirt material from the star, all that. Ja, ja. Ich hätte Bock auf einen Händler. Das wäre ganz cool. Einen Waffenhändler. Ups. Jetzt hab ich das Stahlrohr aufgenommen. Enflammable. Ich sollte mal auch das hier irgendwie verbessern. Mit dem Drehen und so. Das ist mir zu langsam. Ist zwar kein PC. Mit Turbo Boost. Beschleunigungs-Drehen. Aber ja. Schrott, Schrott, Schrott. Schrott hab ich genug. Proteinregel. Schrott. Energiedrink. Ich will mal gucken. Nicht, dass ich hier meine tolle Waffe ffff. Aber. Ich muss hier. Ich muss hier meine tolle Waffe ffff. Komm. Komm. Ah, da sind Waffen, da sind Waffen, ich krieg ne Waffe, ich krieg ne Waffe, ich dreh durch. Jaaaaaaaaaaaaaaaa! Jaaaaaaaa!!! What a ¿ lá? Geh nach oben und ziele. Okay. Da ist die Waffe. Geh nach oben und ziele. Zack. Wie kommen die? Ah. 20 Schuss. Ach du Scheiße. Ja, aber wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hoch? Treppe hoch. Genau. Gewehrmunition. Nice. Was ist das? Das Scharlach-Rote-Penthouse. Penthouse-Wohnung. Ausklappen. Wer da Bock drauf hat. Ich habe da nicht so Bock drauf. Vielleicht noch ein paar mehr Munition. Geh' neun. Geh' neun. Mitverte die Strecke. Geh' neun. Geh' neun. Geh' neun. Geh' neun. Hup, hup, hup! Watch and drop! How'd you reload this fucker? I've never done this before. This is awesome! I've never done this before. Okay, I feel bad about that one. Oh, was war das? Ah... Ugh... Bring sie alle um. Come on, Jay. Use the sights. Zoom, man. Zoom! I've never done this before. This is awesome! I've never done this before. Sawyer. Oh, okay. I feel bad about that one. Scheiße. 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 Ja. Ja. Ja ja. Das war's für heute. Komm schon, wir sind hier fertig. Gibt es hier irgendwie noch was zu entdecken? Ich habe Bock auf den Händler, dass ich endlich mal Kopfgeldbelohnung. Ah, jetzt nicht mehr, aber 2025. Okidoki. Trifft dich wieder mit Sam. Wie sieht es denn da aus? Die beiden sind es schon mal ganz gut. Dann könnte ich denen vielleicht die Waffe auch ein bisschen verbessern. Mit Schockschwere Schaden. Ich meine, das Ding ist nicht gut so, das gefällt mir nicht. Aber gut, dass ich dann erstmal was habe. Schnelllader-Vorteil, sehr gut. Munition, sehr gut. So langsam wird es spaßig. Hey, hey, having fun? In a sense. I'm nearly done. I'll see you back at the house. Listen, I talked to a CDC doc. They're still in Santa Monica. They want my blood for a vaccine. Hmm, that's so. We could all make it. Load up, roll out. One thing I've learned. The boys on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. If Emma wants to come, you'd write shotguns, right? She won't. Maybe. You might be surprised. We'll see you there. Yo. Zwölf. Ja, zu Emmas Anwesen zurück. So, dann wollen wir mal ein bisschen verkaufen. Hey, EJ. It's Jacob. Has Michael made it back yet? Hello? Yes, yes, uh, I'm here. Lovely. You're a survivor, Mikey. Yes. Getting back was, uh, a lot easier. Speak to Emma yet? No. I, uh, no. I, uh, I will. Well, pack your bags. I'll be back as soon as. We are out of here. Thanks, Mom. Ach, die ist doch gar nicht down. Ach so, ne. Kleber. Kleber. Ich werde doch bestimmt sterben, wenn ich hier einfach so runter... ...äh, springe. Das würde ich auch gerne nochmal, äh, inspizieren in Ruhe. Wie komme ich denn wieder zurück? Wie komme ich denn wieder zurück? Wie komme ich denn wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. War das nicht hier lang? Gut. 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 Okay, das war zu viel. Zu viel des Guten. Das war zu viel des Guten. Kommen wir jetzt hier nicht langsam schon wieder klar? Hm, gespeichert, das ist ja schon mal gut. Auf dem Kopf, genau. Das war das Geheimrezept. Medikit. Medikit. Aber weißt du was? Obwohl. Okay. Na, wir haben es ja doch gefunden. Jetzt wird es wieder hell. Ich freue mich drauf. Ich mache diese dunklen Passagen nicht so gerne. Hell ist gut. Aber das liegt auch daran, dass ich nicht so gut, dass ich nach... Na? Ist das überhaupt so? Nö. Was ist das? Munition. Ah, lass mich mal vorbei. Scheiße. Oh. Munition. Was ist das? Was ist das? Oh, die Stimme! Hier ist doch irgendwas in der Nähe! Hier ist doch irgendwas in der Nähe! Das bringt wohl nichts, wa? Nee, anscheinend nicht! Maybe, kid! Was ist das? 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 Okidoki! Was ist das? Wo ist das? Die sind alle in der Nähe! Gott weiß nur, was sie da sprechen! Was ist das? Und natürlich! Typisch, typisch! Oh! Wir besuchen für Pearl, Andrea! Oh nein! Was ist das! Oh nein! So, AnWork! So, Adele! Da freu ich mich jetzt auch schon am meisten drauf! Ähm... Kaufen und Verkaufen! Verkaufen! Acht. Das Ding ist gut. Zehn. Zehn, zehn, zehn. Zehn. Ja, der ist natürlich gut. Aber wann benutze ich den schon mal? Ja, der ist wirklich gut. Ja, der ist wirklich gut. Wieder zwei Sicherung kaufen. Sechs. So. 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 So.